Moin moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. So, wenn ihr es wieder angezeigt habt, das muss noch ein bisschen mehr in die Kamera rutschen, fällt mir gerade auf. So, jetzt passt das Ganze. Oh, oh mein Gott! Was passiert? Ich komme gerade ins Game rein. Was passiert? Mach ein Baby da. Nein! Nein, 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 alles auf. Alles auf. Mein Gott! Das war das Hild einfach in einem Game, das die sah. Ei, ist das crazy. Ist das crazy. Gut, gut, gut. Also, wie immer, soll ich beide Söhnen? Ein Witzchen, oh mein Gott, ist das schön. Oh, ein bisschen gruselig. Nein, auf jeden Fall, das ist super, das ist Sinn. So, nehmen wir es. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Denise. Ja, okay, passt. Ein schöner Name, fantastisch. Okay, wer ist der Charakter, der hat das Baby? Ja, das war jetzt bei der Aufnahme einfach abgeschmiert, so ein Müll aber auch. Ja, scheiß. Ähm, ich würde das einfach der Natur überlassen, ob es mal wie der Vater oder wie, der die Mutter ist. Oder mal. Okay, also, der Rackler von Denise ist, jetzt wird es interessant. Erster Eindruck, ausgeglichen. Ähm, entspannt. Unbedarf, wahnsinnig ehrlich, aufmerksam und freundlich, ist doch gut. Sonst sein, ist jetzt ein gut gelandeter Charakter, achtet aber auch darauf, gute Launen zu verbreiten. Ja, das klingt doch mal super, oh mein Gott. Ja, das weiß ich doch. Natürlich. Oh mein Gott. Wie, wie abgefahren ist das, bitte schön. Wie abgefahren ist das. So, Einmeldung. Ui, das machen wir gleich mit den Kinderfotos. Okay. Gut, 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 gut. Dann werden wir das doch mit den Fotogleis mal ausprobieren. Ja, wo geht denn das? Ja, Foto. Aber zuerst, wenn wir natürlich mal unsere, äh, täglichen Spenden sammeln, war alles Ritual. Muss man ja fortfahren, fortführen. Und danach sammeln wir uns das Ganze mal mit dem Foto an. Oh mein Gott. Wie crazy ist das einfach. Und jetzt haben wir wirklich Nachwuchs in Combo-Dazzy-Life. Wer hat gedacht, was ist mal passiert? Damit hätte es ja wirklich null gerastet, wie es einfach diese Aufnahme vorhin gestartet hat. Boah, wie crazy. Und wir schnärft es dann wieder, dass die Aufnahme einfach abgeschmiert ist, wir sind drin. Das hätte nicht so sein sollen. Egal, passiert. So. So eine Sache. Ich will jetzt einfach, das sieht auch mal, wie viele Leute man das drin hat. Ähm, wie dann einfach alle nach und nach ihr Geld abgeben. Dies Ritual. Das ist vielleicht schon ein oder andere langweilig, wenn es jedes Mal aufs Neue passiert. Aber wenn das gehört, in dieses Sitzbar einfach dazu. Dies Ritual erstmal einfach. Den zu sauer, wie sie ihr Geld abgeben, so. Jawoll. Und dann sieht man am Ende, wie viel Geld man gemacht hat. Statt 70. Das ist sehr viel. Perfekt. Sehr schön. So, dann gehen wir doch gleich mal und machen alles für ein Foto. Denn sonst, ne? So, jetzt will Fotos aufnehmen. So sieht es aus. Und zwar, ähm. Ah, es gibt doch Farbfotos. Ich mach mal Kinderfoto. Dann mit Denise. Dann mit den Eltern. Ah, nehmen wir einfach. Braun. Das ist doch gut. Ah, ich kann meinen Eindruck von dir nach oben ändern. Ah, ist das schön. So, da kann man richtig viel schöne Fotos machen. Da kann man auf Beispiel auch mal hier. Ah, da könnte man die Leute auch umziehen. Komm, Grüne. Das passt mir ja gar nicht, was die hier anhat. Hat mir den Sockinganzug an. Da ist es nicht. So, das ist viel besser. So, aber nehmen wir den grünen Hintergrund. Ausdruck ändern wir jetzt auch. Jawohl. Das ist doch auch schön. Wessel. Sieh, das Foto ist gewacht. Perfekt. Wessel. So, jetzt machen wir noch mal eins. Allerdings ohne die älteren. Boah. Hälsinn. Das ist ja. Ich finde das Kind ist halt gruselig. Jetzt hat es noch gruseliger. Jawohl. Bruder. Ist das nicht schön. So, jetzt hat es genervt. Oh, jetzt hat es traurig. Oh. Ich will hier nicht hin. So ungefähr nach dem Motto. Ist das nicht schön. So, Rasen. Boah. Der Moment, wenn man am Spielen ist, hat man einfach gar keinen Bock hat. Hahaha. Also, aber viel so wild, ey. Oh mein Gott. Dann ist das sehr schön. Dieser Gesichtsausdruck und damit alle Fotos machen. Irgendwie so leer aus, wenn er nur ein Fels ist ohne viel mehr. Ja, aber ein Photoshop-Felsen. Wer kennt es nicht? Wie sieht das hier als so gefotosopt aus? So, komm. Jetzt machen wir noch ein Spielsegment hin. Schön. Schön, schön, schön. Natürlich müssten wir uns jetzt, wie es gehört, die ganzen Fotos auch noch anzauern. Das machen wir jetzt auch. Geht nämlich jetzt in der Foto-App. Dazu müssen wir allerdings das Game speisern, weil wir dann nachher auffordern wollen zu spielen. Wenn wir nicht gespeisert hätten, dann wäre das Baby halt weg. Das wäre eher ungegnet gewesen. So, speisern abgeschlossen. Weiterspielen will ich es nicht. Damit kommen wir zurück in den Titelbildschirm. Dann können wir die Software beenden. Jetzt kommen wir nämlich mal wieder. So eine Kamera öffnen. Mal wieder. Kannst du dir erst mal so eine Roomtour geben, wie es denn hier bei mir aussieht. Aber da hat es eigentlich nichts verändert. Bis zum letzten Mal. Ja, das geht. Willst du mal rein? Da kann man das eben gucken. Ich habe es sehr krass belegt, dass das eben geht. So. Aber eigentlich will ich euch ja nichts hier zeigen, weil ihr wisst, wie es ist, wie mein Setup aussieht. Dann ist das in meinem ganzen Liste. Ich habe jetzt ein neues Liste mehr. Da habe ich drei Liste. Meine Fresse beleusten. Sehr schön. Eigentlich, weil es auf Fotos und Videos gehen. Ob wir eben die Fotos ansahen, die jetzt weit gemacht worden sind. Am 15. Zwei. Leider gar nicht. Aber es ist auch wurscht. Ich bin einfach in der Zukunft unterwegs. Also zum Aufnahmeszeitpunkt, wo er reicht, dass zwölftes weiter ist. Ah. Oh, das darfst du doch mal an. Ist nicht schön. Boah, die Hintergrundmusik davon. Oh mein Gott, die ist auch so nostalgiemäßig 3DS. Boah, die wird doch auch an wie viel Plus verwendet? Doch. Die wird doch auch an wie viel Plus verwendet, die Hintergrundmusik ist für auf alles. Das ist ein schönes Foto, finde ich so. Das ist ein schönes. Und jetzt geht es eben los mit dem Kind. Und zwar auf früheste Grünse Basis. Es wird die alte Grünse. Allein das hier. Aber das Haut ist noch einigermaßen okay. Hier ist es auch noch okay. Und hier ist es einfach in der Lebe. Ja, und dann hier. Das finde ich das Beste. Ich will jetzt zu spielen. So nach dem Motto. Oh mein Gott, das ist so ein Goldwert hier. Wenn man es auch mal hier. Oder hier. Sehr schön. Sehr, 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 sehr sinnvoll. Sehr schöne Fotos auf jeden Fall. Das kann ich mal festhalten. Und ja, liebe Leute. In diesem Sinne. Sag ich danke schön. Fürs Zusehen von dem Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Lasst gerne ein Like und Abo da. Wenn euch das Ganze gefallen hat. Weil mit Tombow und Azi Live geht es natürlich auch. Hupsi. Weiter, ne. Das kommen wir jetzt ein paar Mal in der Woche. Zwei Mal in der Woche. Videos mit Tombow und Azi Live. Und vor allem jetzt. Wenn wir ein Kind haben. Also in dem Game. Geht es da erst. Richtig los. Also. Ich sage nur Dank. Wenn euch das Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. E tschau. Bis zum nächsten Mal.